Willkommen zurück zu The Legend of Zelda Ocarina of Time. Let's search Herzteile. Wir machen uns jetzt mal auf den Weg zum Zora-Fluss, denn da gibt es auch noch vier Herzteile zu holen, Leute. Vier, 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 hier, hier, hier. Und zwar alle als Kind, vor allem. Ich will jetzt erstmal alles holen, was wir als Kind holen können. Ähm, heißt auch, dass ich mir jetzt gleich mal Wundererbsen kaufe. Denn ich möchte alle zehn Wundererbsen einpflanzen, liebe Freunde. Damit ihr das auch mal seht, was die uns bringen und wo die uns hinführen. Äh, einige führen uns sogar zu einem Herzteil, theoretisch. Wenn ich nicht so rankommen würde. Aber einpflanzen tue ich die nach und nach, ähm, in einem Part. Das heißt, ich kaufe mir die zwei jetzt schon, aber einpflanzen tue ich die nach. Also ich tue die jetzt auch noch nicht einpflanzen, ich will erst alle zehn haben. Ein paar Wundererbsen gefällig. Sie gehen nicht besonders gut. Wie wäre es mit zehn Rubinen, das Stück? Jo. Viel können wir eh noch nicht kaufen. So. Weil ein paar Wundererbsen gefällig. Sie sind noch nicht so beliebt. Wie wäre es mit 20 Rubinen, das Stück? Jo. Alles klar. Ähm, einen können wir noch holen. So. So. Ein paar Wundererbsen gefällig. Sie werden langsam beliebter. 30 Rubinen, das Stück. Jo. Die nächsten kosten schon 40. Aber können wir uns noch nicht leisten. So. Alles klar, liebe Freunde. Du kommst mal mit. Jetzt weiß ich im Übrigen auch, was das für ein Zeichen immer links oben am Bildschirmrand ist. Das ist normalerweise das Zeichen, das uns ein Dungeon auf der Karte anzeigt. Und ich nehme an, dass der Emulator, die Konsole, das Teil, über das ich dieses Spiel spiele, ähm, das nicht umsetzen kann. Hyper. Und jetzt. Das nicht umsetzen kann, wenn da mal, ähm, kein Dungeon auf der Karte ist. Und dann pack das, spiel das einfach oben links hin. Ein Herzteil. Du hast vier Herzteile, hast du vier Herzteile gesammelt, wird deine Energieleiste erhöht. So, hier können wir uns die nächsten zwei Herzteile holen, wenn ich schnell genug aus dem Wasser rauskomme. Alles klar. Hier können wir uns die nächsten zwei Herzteile holen. So, unter Wasser gibt es Frösche, die dich neugierig beobachten. Jo, und wenn ich meine Ocarina raushol, dann... So, und dann spielen wir denen mal die Hymne der Zeit vor. Da, 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 da. Da, 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 da in the rain. Wirklich schön. Steck dir das ja als Gage für den abgefahrenen Gig ein. Alles klar, wir sehen uns. Hey, hey, hey! Das weiß nämlich auch nicht jeder, dass man dieses Herzteil bekommt, wenn man denen die Hymne des Sturms vorspielt. So, aber wir müssen hier mal weitermachen und zwar spiele ich denen jetzt mal die Hymne der Sonne vor. Oh, und dann wächst Trojiblau. Mein Freund, du spielst die Ocarina gut. Hm, eine nette Melodie. Nimm das hier als Lohn, wenn ihr mal wieder eine nette Weise... Kommt wieder, wenn ihr wieder eine nette Weise in den Kopf schießt. Alles klar. Ähm... Dann... Eponas Lied. So, mein Freund, du spielst die Ocarina echt gut. Wir bekommen somit immer mehr Geld wieder. So, und jetzt lass mich mal kurz gucken. Okay. Also das ist hinten. Links, rechts, unten. Das ist eigentlich immer das erste Lied, das man spielt. Jetzt lass mich überlegen, was wir noch nicht gespielt haben. Ähm... Wir müssen ja alle Frösche groß kriegen. Das heißt, ein Lied müssen wir noch spielen. Und das müsste Salias Lied sein. Und das müsste den gelben Frosch jetzt zum Wachsen bringen. Sehr schön. Kringen wir von denen echt drei Herzteile? Ne, wir kriegen zwei Herzteile von denen. Aber... Jetzt kriegen wir... Hey! Wir sind die Riesenfrösche. Also wir müssen jetzt praktisch, äh... Ich kenne das Lied schon auswendig. Dö, 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 dö. Wir müssen jetzt die Fliegen fangen und das war perfekt. Das ist doch genug Dank, oder nicht? Ja, natürlich ist das genug Dank. So ein Herzteil nehme ich immer gerne. Liebe Freunde. Freund Frosch. Das müsste dann 14 gewesen sein. Wenn mich nicht alles täuscht. 14 oder 15? Ne, 14 müsste das gewesen sein. 15 schon? Haben wir drei Herzteile? Ach ja, natürlich, das da unten. Ja, klar. So, dann holen wir uns jetzt noch das vierte Herzteil hier. Und dann können wir nochmal ein paar Wundererbsen einkaufen. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal Richtung Todesberg. Ähm, wartet mal. Da oben ist es. Da komme ich so nicht hin. Oh, die Skuldi hier müsste ich schon haben. Na? Die Skuldi hier müsste ich schon haben. Ja. Die Skuldi hier habe ich schon. So. Dann gehen wir einfach mal hier runter. Herab. Ich glaube, da kommen wir nicht hin. Ohne Hühnchen. Aber wir können es probieren. Ne, da kommen wir ohne Hühnchen nicht hin. Dann muss ich mir eben noch schnell das Hühnchen holen. Und ich hoffe, dass wir hier wieder aus dem Wasser rauskommen. Vorher, bevor ich, äh, hier wäre ich halt gerne rausgekommen. Aua. Aber da unten, wo die Frösche waren, müsste ich eigentlich aus dem Wasser rauskommen. So rein theoretisch. Ja. Da. Und da hinten ist unser Huhn. Das wollen wir haben. So. Komm, Huhn. Komm, Huhn. Komm. Kriege ich das echt nicht ohne Huhn? Mir war danach, als würde ich das auch mit Huhn kriegen. Also ohne Huhn kriegen. So. Komm her. Okay. Komm her. Sehr schön. Wir werfen es mal lieber hier rüber, weil wir hier kurz absaufen. So. Jetzt holen wir uns das vierte Herzteil. Und dann war es das an der Stelle auch schon wieder. Los, ich treffe. Das ist der dritte Part jetzt. Ja. Und danach würde ich sagen, gehen wir mal, äh, zu den Koronen hoch. Und da werden wir natürlich den Shortcut nutzen. ähm, um da hinzukommen. Zack. Da hätten wir das Herzteil bekommen. Da hätten wir jetzt schon sieben Herzen, Leute. Das heißt, wir haben schon 16 Herzteile gesammelt. Zwölf Stück und ein Herzcontainer. Und einen Herzcontainer schnappen wir uns jetzt noch. Dass... na, einmal tohchen. tauhchen, tauchen, 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 ja? Nicey, nicey. Verlorene Wälderi. Äh, wir müssen uns auch noch die, ähm, Dingens kaufen. die Wunder-Erbsen. Na, 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 das war falsch und so verkehrt. Da müssen wir hier lang, um in die Koronen reinzukommen. In die Koronen reinzukommen vor allem. Was ein Deutsch. Bye, Foxy. Yeah. So. Also wir holen uns jetzt noch insgesamt fünf, sechs Herz-Teile. Insgesamt gesehen natürlich. Ähm, erst mal möchte ich dich hier treffen. Ah. Shit. Nein. Weg damit. Hep. Ach komm, ich drück doch zehn nach oben. Jawohl. Komm, lachendes Gesicht. lachendes Gesicht. Komm, lachendes Gesicht. Na? Natürlich nicht. Grimmiges Gesicht. Was auch sonst. So. Jetzt warten wir, bis es sich wieder dreht. Na komm, fang dich wieder an zu drehen. Daneben. Daneben. Aber jetzt. Nice. Komm, das war jetzt das grimmige Gesicht. Jetzt wollen wir das lachende Gesicht haben. Nicht das lächelnde, das lachende Gesicht. Also, das da. Jawohl. Da ist es auch schon. Und da holen wir uns auch das Herzteil. So. Und schon geht's. Ne, ich will nicht zu Darunia. Ganz und gar nicht will ich zu Darunia. Definitiv will ich nicht zu Darunia. Sagen wir es mal so. Falls es irgendjemand noch nicht verstanden hat. Nein, ich möchte nicht zu Darunia. So. Wir möchten einfach ganz stinknormal oben raus. Oben raus. Ganz stinknormal. Och, Foxy. Fällt sich hier schon wieder an wie der letzte Mensch. So. Da müssen wir lang. Haben wir hier vielleicht noch Geld? Ja, Geld ist wichtig. Dann können wir uns wieder ein paar Wundererbsen kaufen. Äh, und da geht's raus. Da geht es raus. In die weite Welt hinaus. Wir holen uns nun einen weiteren Herzcontainer und ein Herzteil. Leute, einen weiteren Herzcontainer und ein Herzteil. Seht ihr? Hier ist jetzt dieses Zeichen oben links nicht. Dafür ist es hier als Hüllen-Symbol. Und ich würde mal behaupten, ich reiß jetzt mal diese Donnerblume raus und, äh, hier an das Herzteil da oben kommen wir normalerweise nur mit einer, äh, Wundererbse ran als Erwachsener. Aber, fuck the system. Ich springe da einfach hin. So. Alles klar. Und jetzt holen wir uns noch den Herzcontainer von König Dodongo. Zum Glück müssen wir nicht wie in, ähm, ach, ja. Zum Glück müssen wir nicht wie bei Majora's Mask noch die Gegner besiegen, die Endbosse. Und, ähm, das wäre äußerst mies, wenn wir das machen müssten. So. Komm nach oben. Sehr schön. Und weiter. Und dann hier durch die Tür hindurch. 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 So. Haben wir schon die Abkürzung geschaffen? Nein. Natürlich nicht. Wir müssen den ganzen Weg nochmal außenrum laufen. Das wird später im Wassertempel nochmal richtig nice. Wir haben unseren Schild verloren. Auch nice. Äh, das heißt, ich darf mir ein neues Deku-Schild kaufen, weil ich ja mit allem, wenn, wenn, dann will ich das mit allem schaffen hier, natürlich. Warum auch immer ich das Deku-Schild überhaupt noch ausgewählt hatte. Wahrscheinlich, weil ich vorhin das Schild gebraucht hatte. So. Piss dich. Äh, Piss dich. Arschloch. Piss dich. Gibst du mir ein Herz? Ah, drei sogar. Nice. So. Wo genau müssen wir jetzt hin? Wartet mal. Ich guck mal kurz nach. Äh. Links durch die Tür. Also müssen wir hier hoch. Alles klar. Ach ja, Dodongos-Höhle. Pack den mal weg da. Den komischen Schumerang. Oh, das ist eine Fee. Die wir nicht gebrauchen können. Spielstand ist übrigens theoretisch kurz bevor wir Gunnondorf besiegen. Weil anders kannst du es halt nicht speichern. Ich war eigentlich mit dem Save-State genau während dem Kampf mit Gunnondorf, weil ich ja während dem Stream immer mal wieder gesave-statet habe, um den Sicherheits-Safe-State zu haben, falls der Emulator abschmiert. Und, ähm, ja. Au. Pissnelke. Pissnelke. So, falls der Emulator abschmiert. Und da war ich halt mitten im Kampf mit Gunnondorf, Nicht mit Gunnondorf, sondern mit Gunnondorf. Hab dann da normal gespeichert, hab resettet und schon hatte ich den Spielstand kurz bevor wir Gunnondorf besiegen. Also praktisch den normalen Spielstand, den man hat, wenn man normal gespeichert hat. Den letzten möglichen Speicherpunkt. So. Liebe Freunde. Dann holen wir uns jetzt noch diesen Herzcontainer und dann würde ich sagen, war es das für heute. Ich beende dann den Part. Und, äh, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder bei den nächsten Herzteilen, die wir uns schnappen. Und bis dahin wünsche ich euch noch was, euer Mr. Mr. Nightfox. Nein, hier ist nix. Das bleibt alles so, wie es hier ist. Und es wird sich hier nix dran rütteln. Egal, ob du hier bist und nicht. Aber Boris. Nein, du hältst jetzt deine Schlauze. Du Ober, äh, Zicke. Ach, Leute. Mann. Komm. Wir machen jetzt noch eine Runde, also bis hier hin. Wer was da nicht gefunden hat, guckt noch später noch mal, weil ich brauche ja auch noch Rubine. Ja. Hallo.